Neue Woche, neuer Cocktail, herzlich willkommen wieder hier aus unserer Cocktail-Media, der Bergwirtschaft Willermann. Wir möchten die Woche starten mit unserem Cocktail der Woche Blue Jeans, ein ganz leckeres Getränk. Und wie der Name schon sagt, muss natürlich etwas Blaues mit drin sein. Und da haben wir unseren Körersau Blue natürlich als Sirup und natürlich auch als Likör. Von unserem Bacardi tun wir noch was rein und direkt noch Sahne und Ananasacht. Ähnlich wie der Swimmingpool, aber statt dem Wodka nehmen wir weißen Rum. So, dann benötigen wir für den Cocktail ausreichend Eis. 4 TL von unserem Bacardi, ein schöner weißer Rum. 2 TL von unserem Blue Curacao, als Likör, hat ca. 16 Volumenprozent. 2 TL reichen da vollkommen aus. Für die Süße, Blue Curacao als Sirup, kann man sehr gut verwenden, auch für alkoholfreie Cocktails oder für Kinder, die gerne etwas Blaues mal trinken möchten. 4 TL von unserer Sahne. Und aufgefüllt wird das Ganze ca. mit 10-15 TL von unserem Ananas-Saft. Das Ganze kräftig schütteln. Dann werden wir es direkt ins Glas füllen, was wir uns schon vorbereitet haben. So, natürlich noch mit einer Dekoration versehen. Meine Füßal ist mit dran. Und natürlich die Strohhalme. Da werden wir angelangt bei unserem Cocktail-Tutorial in der Bergwirtschaft Wildermann Blue Jeans schmecken lassen. Und dann hieran noch mit einer Dekoration-Saft.